Hey YouTube, wir schauen jetzt, warum sind YouTuber oft toxisch? Ich bin sehr gespannt auf Klingerns Meinung, ich hab ne Meinung, ich werde meine äußern. Ähm, wir schauen einfach mal rein. Man, 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 was ist denn da gerade los in YouTube-Deutschland? Zeit, dass wir mal drüber reden. Und damit moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. So, ich hoffe, alle haben sich jetzt wenigstens mal so ein bisschen wieder beruhigt. Ja, alle haben ihre Videos gemacht, wo sie die ganzen Statements einfach nochmal in ihren eigenen Worten zusammengefasst haben. Super, sehr gut. Und ich hab das Gefühl, dass wir gerade irgendwie in so einer Phase sind, wo YouTuber für die Fehler, die sie anderen Menschen gegenüber gemacht haben, outgekort werden. Und sehr, sehr viele Leute... Es ist grundsätzlich mal was Gutes ist, dass das passiert. Aber, wo ich auch sagen muss, was man auch sieht, ist, äh, dass ein ganz anderer Umgang herrscht zwischen einer Frau, die sich äußert, und einem Mann, der sich äußert. Und einer Frau, die ins Schuss fällt, gerät, oder einem Mann, der ins Schuss fällt, gerät. So, wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie mit Anni umgegangen wurde, und wie mit Unge umgegangen wurde, gibt's ne große Diskrepanz. Warum, warum das wohl sein könnte? Man weiß es auch einfach nicht, ne? Zuhause sitzen und sich denken, ey, was ist denn da los bei denen? Und ich möchte jetzt gar nicht auf die einzelnen Leute eingehen, wer jetzt was gesagt hat und hin und her und so. Auch wenn sich manche Leute absolut beschissen verhalten haben, darüber haben, glaube ich, andere schon genug berichtet. Mich interessiert dabei vor allen Dingen die Frage, die sich einige Leute in letzter Zeit gestellt haben. Warum... Schau, ich mir den Link auf jeden Fall mal an, danke. Warum sind so viele YouTuber so toxisch? Ich glaube, es gibt nämlich einige Sachen, die... Ich glaub was... Also, ich glaub nicht, dass so viele YouTuber toxisch sind. Ich glaube, dass leider wir in einer Welt leben, wo viele Menschen sehr toxisch erzogen werden. Ähm, ich mein, wir sehen's auch in irgendwelchen Serien und sowas, die einen halt leider... Also, es gibt sehr viele toxische Menschen in sehr vielen Serien, die halt auch als Vorbilder dienen. Ähm, und das sind halt so Rollenbilder, mit denen wir aufwachsen, wo wir sehr, sehr toxisches Verhalten lernen. Also, ich geh davon aus, dass die meisten Menschen irgendwie so toxisches Verhalten innehaben und auch toxisch sind. Das Problem ist, was damit in der Influencer-Szene ist, also erstens generell das Problem, es hinterfragen zu wenig Leute. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass 99% der Menschen so toxische Dinge getan haben, sei es jetzt in Freundschaftsbeziehungen oder in Beziehungen, Beziehungen. Dass, äh, also in Liebesbeziehungen oder in freundschaftlichen Beziehungen, bin ich safe sicher, dass da schon alle mal was gemacht haben oder fast alle mal was gemacht haben, was toxisch war. Ähm, aber, was der große Unterschied ist, von Influencer-Szene zu normalos, ist der Macht, das Machtgefälle. Dieses unfassbare Machtgefälle in der Szene. Ähm, einfach aufgrund der Reichweite, aufgrund des Geldes, aufgrund des Einflusses. Weil es gibt auch Dinge, die safe auch noch an die Öffentlichkeit kommen, ähm, mit Menschen, die jetzt nicht unbedingt Klickzahl oder sowas in der Öffentlichkeit stehen, aber einfach eine große Macht haben innerhalb der Szene. So, da sind halt auch noch so, so Sachen, die halt auch, auch passieren. Und dann halt zusätzlich noch bei Influenzen, die eh groß in der Öffentlichkeit stehen, da ist natürlich dann auch eine Angst, sowas anzusprechen. Ähm, und ganz ehrlich, ich, wie gesagt, ich glaub, dass es bei vielen passiert ist, gerade auch bei vielen Leuten, die so richtig schnell früher sehr viel Reichweite und dann auch sehr, sehr viel Geld bekommen haben und so. Ähm, und wenn die Menschen sich verändert haben, wirklich, und das auch einsehen und Reue zeigen und so weiter, fände ich das weniger schlimm als das, wie es leider jetzt derzeit passiert, wo irgendwie viele das nicht einsehen. Irgendeine, also gerade bei Ungefahren ist richtig heftig, wie da gememt wird und so weiter, wo ich dachte, ey, das ist, das zeigt nicht, dass du verstanden hast, was, was das für eine Tragweite hast. Ähm, und deswegen, da, da, das fehlt mir so ein bisschen, so Einsicht. Man kann toxisches Verhalten auch tatsächlich reflektieren und sich denken so, okay, scheiße, das hab ich getan. Das war doof. Muss ich jetzt in Zukunft anders machen. Das geht. Ähm, Position mit großem Machtgefälle ziehen halt auch Menschen an, die gerne Macht mit brauchen. Das kommt halt auch noch dazu, ja. Wichtig ist, da auszulernen und das nicht mehr zu machen. Richtig, genau. Und das würde ja auch gehen mit Menschen in der Öffentlichkeit. Würde funktionieren. Aber tut's irgendwie nicht. Die dazu... Auch wenn ich natürlich verstehen kann, dass es heftig ist, in der Öffentlichkeit zu stehen und sowas zugeben zu müssen. Das ist scheiße. Aber es ist, finde ich, was sehr, leider, was sehr verankert ist in unserer Gesellschaft. Und, ähm, es sind Dinge passiert, so. Und dann einfach sagen, ja, okay, das ist passiert. Das war scheiße. Ich versuch's zu bessern. So, und dann gibt's immer noch Leute, die sagen, nee, glaub ich nicht. Das ist absolute Kacke. Die gibt's immer. So. Was ich auch ein bisschen schade finde tatsächlich, weil ich find schon, wir sollten in einer Gesellschaft leben, wo wir Menschen zulassen, dass die sich ändern können. Und, äh, dass die da sich verändern können. Das wär auch noch schön. In so einer Gesellschaft würde ich auch sehr, sehr gerne leben. Ähm, aber es gibt, glaube ich, einige Menschen, die dann sagen würden, so, okay. Dann kriegst du die Chance noch, oder? Das ist zwar scheiße, dass du's gemacht hast, aber gut, dass du an dir arbeitest, so. Ich war mit Unge damals in der Erziehungsausbildung. Mich hat das echt schockiert. Wirkte damals wie ein echt sehr, sehr feiner Dude. Hab ihn aber nie aktiv verfolgt auf YouTube oder so. Und sind ja auch, wie gesagt, in der Erzieherausbildung war ja auch das, ich sag mal, das macht Gefälle ja auch nicht so groß und sowas. Und ich glaub auch, dass das mit allen Menschen auch nochmal was macht, ne? Also, Unge war ja einer, der auch, der war ja in Anfangszeiten schon krass dabei und ist dann auch sehr, sehr schnell sehr groß geworden. Ich möchte aber jetzt auch nicht irgendwie auf Unge oder irgendwem rumtreten oder so. Äh, das ist jetzt auch nicht meine, meine Intention hier hinterher. Aber das, das, das Phänomen an sich versuche ich irgendwie so ein bisschen zu erklären. ...führen können, dass gerade YouTuber unangenehm auffallen können. Wir nehmen jetzt den Begriff toxisch hier als Oberbegriff für ganz viele verschiedene beschissene Verhaltensweisen. Manche reden von manipulativ, manche von narzisstisch, manche von übergriffig oder was auch immer. Ich muss ja alles in Teilen, was da sein kann, ne? Ich möchte mit solchen Begriffen hier nicht um mich werfen, weil ich erstens kein studierter Psychologe bin und möchte, dass sowas von Fachleuten eingeordnet wird. Und zweitens, weil ich glaube, dass solche Diagnosen aus der Ferne anhand von ein paar Videos oder ein paar Clips jetzt nicht unbedingt immer zielführen sind. Ja, das stimme ich auch absolut zu. Deshalb als Oberbegriff für all das einfach toxisch. Ich glaube, wir verstehen alle, was im zwischenmenschlichen Kontext damit gemeint ist. Und man kann jetzt natürlich ein paar Vermutungen aufstellen, aber ich glaube, wenn man lange in der Influencer- und YouTuber-Szene drin ist, sieht man so ein paar Mechanismen, die dazu führen können, dass Leute eher toxisch werden. Wobei der erste Punkt für diese ganzen Sachen eigentlich gar kein YouTube-spezifischer Grund ist. Denn in dieser ganzen Diskussion dürfen wir eigentlich nicht vergessen, toxische Menschen gibt's eigentlich immer. Egal. Bei YouTubern, da fällt das durch die Reichweite halt nur mehr auf. Aber ich glaube, dass es sich verstärkt. Also ich glaube, dass es beides. Es geht dabei dann um zwischenmenschliche Probleme in Beziehungen oder in Freundschaften und die kommen so leider, leider tausendfach in Deutschland jeden Tag vor. Aber hier merkt man das halt, weil es hier öffentlich vor der Kamera ausgetragen wird. Ich glaube aber trotzdem, dass dieses ganze Umfeld, in dem man sich als YouTuber bewegt, durchaus dazu führen kann, dass mehr Menschen mehr toxisch werden. Und das bringt uns eigentlich zum nächsten Punkt, nämlich Fame. Fame verändert Menschen eigentlich immer. Die Frage ist halt nur, ob positiv oder negativ. Ja, also ich muss auch sagen, ich glaube, einmal holt es schon Sachen raus, die schon da waren und verstärkt die. So, so Fame und Geld und so weiter. Aber ich glaube auch, dass es sehr stark verändern kann. Gerade wenn man sehr, vielleicht nicht so reflektiert. Und vielleicht auch manche Dinge nicht reflektiert. Das passiert mir safe auch. Zu Genüge. Ich habe mich auch, glaube ich, sehr verändert durch, also ich bin jetzt nicht Fame, aber habe halt mehr Aufmerksamkeit als von vor fünf Jahren. Das ist schon natürlich eine Sache, die irgendwie verändert, weil man mit anderen Dingen irgendwie umgehen muss und lernen muss, umzugehen. Und wenn da Menschen dann über die Zeit wenig selbst reflektieren und dass das zu schnell geht, dass man vielleicht mit dem Selbstreflexion nicht hinterherkommt, weil manche Menschen so komplett an die Decke gehen auf einmal. Aber dass das schon verändern kann. Ist ja jetzt eigentlich auch kein neues Phänomen. Das gibt es eigentlich seit es Stars gibt. Egal ob Hollywood-Schauspieler, Rockstars oder irgendwelche Boybands. Schon seit... Du vergisst nicht, wo du herkommst. Aber ich ziehe doch extra weg, um das zu vergessen. Dem haben Stars irgendwann durch Fame eine Macke... Wo komme ich denn her? Komm mal. Keine Ahnung. Wo kommen... Ja, ich habe das Gefühl, man muss dabei charakterlich dagegen arbeiten, um kein Arschloch zu werden. Weil es halt eben dabei einige Sachen gibt, die sich unterbewusst in deinen Charakter einschleichen können. Vor allen Dingen nämlich Bestätigung. Du bekommst als erfolgreicher Mensch im Internet so viel Bestätigung. Durch Abos, durch Likes, durch Kommentare. Wenn du möchtest, kannst du den ganzen Tag lesen, wie cool und hübsch und toll und lustig... Oder ich gehe auf Twitter... ...und lese exakt das Gegenteil. Also auf Twitter kann ich sehr viel lesen, wie beschissen ich bin und kacke ich bin. Aber das stimmt, es gibt also gerade auf YouTube und da auf Twitch kann ich auch sehr viel lesen, wie gut ich bin. Das ist... Also Bestätigung gibt es schon genüge, wenn ich die holen möchte. Oder Instagram. Oh, meine Instagram-Kommentare unter meinem Unterwäsche-Bild. Ja, das ist... Also wenn ich Bestätigung haben möchte, dann scrolle ich da durch. ...do du eigentlich bist. Um es mit den Worten von Markus Lanz zu sagen, das macht was mit einem. Da tut es manchmal vielleicht ganz gut, wenn man privat in einem Freundeskreis ist, der einen so ein bisschen auf den Boden hält, ne? Wenn man den aber nicht hat und die ganze Zeit nur alleine oder mit Ja-Sagern abhängt... Boah, ich habe einen Freundeskreis, der mich sehr auf den Boden hält. Die sind sehr ehrlich zu mir. Manchmal ein Ticken zu ehrlich. Aber, ja. ...das durchaus schwierig werden. Und in dieser Branche ist es halt sehr leicht, in einem Umfeld zu sein, was dir die ganze Zeit sagt, wie cool und geil das ist, was du den ganzen Tag machst. Management, andere YouTube-Kollegen, die von dir profitieren wollen, damit die auch Fame werden. Ja, mein Management ist auch immer viel zu krass supportive. Also ich finde das sehr gut. Aber die sind immer... Die hypen mich viel zu sehr. Wenn ich da auch Bestätigung haben möchte, denke ich zu denen. Die sind gut. Oder ich gehe zu Kim, keine Ahnung. Sie hypen mich auch viel zu viel. Über Jahre zu hören, dass alles geil ist, was man macht, tut manchen... Obwohl sie auch sehr hart ehrlich ist, wenn ich Kacke baue. Naja. Sie hat beides, aber nothing in between. Menschen glaube ich nicht so gut. Ja, ich glaube, da braucht man manchmal Freunde, die einem sagen, was für eine hässliche Hackfresse man hat und dass man sowieso den ganzen Tag nach Maggi stinkt. Ich hab ne Hackfresse, weil ich gerne Hack esse. What the fuck is this? Einfach, um sich so ein bisschen wieder zu erden. Wenn man das aber nicht hat, bekommt man vielleicht irgendwann so ein großes Ego, dass man denkt, dass man besser ist als andere Menschen. Ich mach doch alles richtig. Ich hab doch keine Fehler. Ja, die anderen haben einfach keine Ahnung. Äh, schwierig. Außerdem ändert sich bei manchen auch dadurch der Umgang mit anderen Menschen. Wenn man immer höher gestellt ist als die Menschen, mit denen man sich unterhält, wirkt sich das auch darauf aus, wie man generell mit Menschen umgeht. Weil solche zwischenmenschlichen Aktionen, wenn jemand sehr, sehr fame ist, immer so ein Abhängigkeitsgefälle haben. Wie? Wie du willst nicht tun, was ich dir sage? Hä? Wie, wie, wie du bist jetzt nicht meiner Meinung? Das kann dazu führen, dass man sich manchen Leuten gegenüber wie der letzte Blelekt verhält, weil man halt über all die Jahre immer gelernt hat, wie geil man doch eigentlich ist. Und ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, aus welcher Vergangenheit man kommt. Ich glaube, das kommt ein bisschen sehr stark drauf an, äh, es tut mir leid, dass ich das wieder mit reinbringe, aber wie viel marginalisiert du bist und ob du eine Frau bist oder ein Mann bist. Weil, also die Kommentare, die man so bekommt, als auch Frau im Internet, sind dann noch ein Ticken anders als bei Männern. Und ich glaube, Männer haben noch mehr das Problem, dass sie schneller abgehoben werden können, weil sie weniger sexistische Kackscheiße haben abbekommen, so als das Frauen. Und gerade dann noch, ey, wenn du, keine Ahnung, POC bist oder behindert bist oder queer bist oder so, dann sind das alles auch noch Faktoren, die da mit reinspielen, die im Internet nicht immer so gut ankommen. Wenn man früher eher schüchtern war, sich anderen unterlegen gefühlt hat oder sogar gemobbt wurde, ist Internet-Fame halt so ein krasser Selbstbewusstseins-Booster. Endlich hat man das Gefühl, auch mal jemand zu sein. Und manche schießen dabei halt ein bisschen übers Ziel hinaus. So ein Erfolg wirkt sich eigentlich zwangsläufig darauf aus, wie du andere Menschen in deiner Umgebung wahrnimmst. Zum einen so im kleineren Umfeld, wenn man sich irgendwie neu kennenlernt und unterhält und so. Wie oft habe ich Leute getroffen, die so arrogant und abgehoben in solchen Gesprächen waren, wo man sich die ganze Zeit dachte, bro, warum? Wenn ich mit einem privaten Kollegen von mir unterwegs bin, so eine Person kennenlerne und diese Person meinen Kollegen mit dem Arsch nicht anguckt. Einfach, weil man mich ein bisschen aus dem Internet kennt. Boah, ja, das gibt's. Das ist so unangenehm. So gibt's. Also, ich glaube nicht immer, dass das extra passiert. Also, ich glaube, die Menschen, die machen das nicht extra, weil sie halt dich kennen und dann mit dir quasi reden. Und die andere Person kennen sie halt nicht. Aber es ist halt trotzdem hart unangenehm. Kennt und ihn halt eben nicht. Und ich denke mir so, bro, wir sind doch irgendwie alle Menschen oder wollen wir nicht alle irgendwie zueinander nett sein? Nein, 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 nein. Also, ich bin hier oben und er ist eher so hier unten. Außer, und das finde ich immer richtig eklig, wenn man sowas beobachten kann. Außer, wenn jemand da ist, der nochmal über einem steht und noch mehr Fame hat. Dann ist man plötzlich super nett und wirklich best friends und so. So, ja. Ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum manche Leute, die irgendwie gerade so im Hype sind, plötzlich überall auftauchen und mit allen Leuten chillen und coolen. Mit allen, allen sind die cool. Und die mögen sich dann immer alle untereinander. Ganz bestimmt. Und sobald der Hype weg ist, chillen die halt irgendwie nicht mehr so zusammen. Ist ja, ist ja jetzt irgendwie komisch, ne? Das heißt, ich hätte den Hype gerade um Alicia Joy mitnehmen sollen, ne? Und sie dann einladen sollen. Na ja, gut, machst du nix. Verdammt. Bin ich doch mal mit einem Menschen cool. Immer. Einfach. Sollte keine Kritik mehr äußern, oder? Kann das sein? Werde ich Fame, wenn ich einfach keine Kritik mehr äußere? Aber ich glaube, es geht dabei nicht nur um solche zwischenmenschlichen Beziehungen. Vor allen Dingen auch, wenn man sich draußen in der Öffentlichkeit bewegt. Wenn man draußen unterwegs ist, wird man erkannt, angesprochen, fotografiert. Manchmal wird man auch beobachtet oder verfolgt oder sowas. Das ist halt maximal gruselig. Auch hier würde Markus Land sagen, das macht was mit einem. Wenn das so ist, geht man plötzlich ganz anders durch diese Welt. Wie soll einen sowas auch nicht verändern? Aber manche entwickeln dadurch ein sehr merkwürdiges Verhältnis zu ihren Mitmenschen. Und es gibt dabei noch einen weiteren wichtigen Punkt, der... Einfach von sich aus irgendwann auf die Leute zugehen. Ey, willst du ein Foto? Ich bin berühmt. Einfach. Also komplett abheben. Und sagen, ey, du kennst dich zwar vielleicht noch nicht, aber hier ein Foto. Missy, keine Kritik mehr. Sitz einfach da, sei nett, lächle und sieh gut aus wie eine brave Frau. Okay. Muss ich dann jetzt auch kochen lernen? Oder kann ich weiter Löwenanteil nehmen? Da könnt ihr übrigens auch bestellen. Oh, ich hab mir völlig Knopf gedrückt. So, da könnt ihr übrigens auch bestellen. Und meinem Code lässt ihr auch noch 10% bei sparen. Und es ist mega geil und lecker. Und da müsst ihr nicht kochen. Dann bin ich einfach eine brave Frau und hab Löwenanteil zu Hause. Viele Menschen beeinflusst. Nämlich Geld. Geld ist quasi so ein bisschen die Bestätigung dafür, dass man etwas richtig macht im Leben. Und auch hier gilt wieder, wenn man vorher so ein bisschen gestruggelt hat... Sag das mal Elon Musk, weil der macht sehr, sehr viel falsch im Leben. Und trotzdem hat er viel Geld. Ist das ein ziemlich guter Ego-Boost. Weil das Geld zeigt dir ja, ey, guck mal, was du machst, wie geil das ist, was du da im Internet jeden Tag performst. Und je mehr Geld, desto besser natürlich auch. Natürlich. Und manche Leute, die... Gibt auch keine richtig kleinen Streamenden, die richtig krassen Content machen. Gibt's einfach nicht. Gibt's so viele krasse Streamende, die irgendwie für so für... Ein paar Menschen streamen, so die... Also, keine Ahnung, wo ich mir denke, sie macht so geilen Content. Die macht so krassen Stuff. Und also, viel Geld und viel Aufmerksamkeit, ungleich gute Qualität, so. Top-Leute, die, die wirklich ganz, ganz oben stehen, verdienen damit halb Millionen. Und Geld ist halt manchmal irgendwie auch so ein bisschen Macht über andere Menschen. Du kannst dir... Ja, meine Währungsanheit für Sachen richtig machen im Leben ist, wie wohl und sicher sich Leute bei mir fühlen. Oh ja, wie sehr sie selbst sein können. Absolut. Gut, es hat noch in letzter Zeit so ein, zwei Menschen in meinem Umfeld, die mir gesagt haben, dass sie sich bei mir sehr wohlfühlen können und öffnen können. Und das ist so ein Riesenkompliment. Es gibt kein größeres Kompliment, so wie Menschen, die sich sagen, okay, ich fühle mich sicher, ich kann hier sein, wie ich bin. Das ist so crazy. Damit eigentlich so gut wie alles ermöglichen, was du möchtest. Es gibt da eigentlich nicht so viele Grenzen. Wie, etwas klappt nicht so, wie ich es möchte. Also, mit der richtigen Menge Geld geht's dann irgendwie wieder schon, ne? Das klappt bei Dingen, das klappt aber nicht unbedingt bei Menschen. Das verstehen aber manche nicht. Und alle diese Sachen drumherum wirken jetzt auf einen Menschen ein, der gerade am Anfang seines Lebens ist. In einer Phase, vielleicht so Anfang 20, wo der Charakter und das Wertesystem noch nicht so ganz gefestigt ist. Und wo man zum Beispiel nach der Schule einen direkten Vergleich zu seinen Mitschülern hat und sieht, wo die jetzt so stehen im Leben und wo man selber steht im Leben. Oh yeah! Ich hab übrigens gar keine Ahnung, wie meine damaligen MitschülerInnen jetzt derzeit im Leben stehen, aber es ist mir auch ehrlich egal. Keine Ahnung, ich hab letztens noch einen getroffen aus meiner Stufe. Der ist auch nett, der ist cool. So, aber bei dem weiß ich grob, was bei ihm im Leben geht, aber so bei allen anderen ist so, I don't care. Also, warum sollte es mich interessieren, wo die sind? Die meisten davon waren absolut scheiße zu mir. I don't know, ob ich was mit denen zu tun haben möchte. Du wolltest mal gesagt, bei dir kann ich einfach so sein und es fühlt sich so gut an und ich bringe mich doch nicht immer zum Bein. Ja, ist so. Ich geh von meinem MitschülerIn ständig über meine Mutter mit, wer wieder ein Kind gekriegt hat. Auch spannend. Es war auch irgendwie wild. Und manchen tut das alles, dieses ganze Konstrukt, gar nicht gut und dann kriegen die halt einen Knacks. Vielleicht haben wir den im Internet auch alle. Also, ich hab definitiv einen. Da kann ich, also... Leute, ich hab definitiv einen Knacks. Die Frage ist nur, wie viel oder wie wenig davon. Und wie stark versucht man dagegen zu arbeiten, dass man kein dummes Arschloch wird? Ja, also dagegen, dass ich... Also, ich will kein Arschloch werden. Das ist schon so ein Ding. Da tu ich mir wirklich Mühe mit. Aber einen Knacks will ich trotzdem haben. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, ihr nehmt mich auch so. Das ist ja ein Internetknacks. Das ist so ein, ähm... Kennt ihr nicht das? Das ist so eine Zeitschrift. Ich glaub von der Apotheke. Eigentlich muss man die ganze Zeit so einen Reflexionsprozess durchführen, um zu gucken, ey, so wie ich mich verhalte, ist das eigentlich noch cool? Möchte ich so sein? Sollte man so sein? Wenn man das nicht macht, schwierig. Und dann ist es auch klar, dass, wenn man halt charakterlich so wird, auch zwangsläufig dein Umfeld dann irgendwann darunter leiden wird. Beziehung, Familie... Komisch, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Menschen leiden, wenn ich ein Arschloch bin? Warum sagt denn niemand vorher, weißt du? Pause? Ja, ich mach Pause. Bin jetzt erst mal bis zum 8.7. weg. Ich glaub, in den Knacks brauchst du teilweise, um den Zirkus zu überstehen. Das ist so wild manchmal, ja. Ich versteh, also dieses ganze Gebäsche innerhalb der Influencer-Szene geht mir auch so auf den Nerv, ne. Ich bin dafür einfach nicht gemacht. Ich denk mir so, ich will doch einfach nur mit coolen Menschen coolen Stuff machen im Internet. Warum hassen sich jetzt alle Menschen um mich wieder? Interessanterweise werde ich dabei im Moment ignoriert. Tatsächlich. So wirklich... Ich hab wenig Stress mit irgendjemandem so richtig, oder? Das ist echt angenehm. Ich glaub, ich behalte das bei. Familie, Freunde, all die Menschen in deinem direkten, engeren Umfeld. Und es gab mit Sicherheit auch einen Haufen... Aber behaltet das bitte in meinem Umfeld nicht bei. Das ist ja alles so fleisch. Das wär nicht gut. Wird hört auf damit. Seid lieb zueinander. Fälle, wo YouTuber Kacke zu ihrem Umfeld waren und das Umfeld dann gesagt hat, ja komm, dann leck mich am Arsch. Ich bin... Komm schon noch irgendwann? Also keine Ahnung, bisher rede ich dann offen mit den Menschen drüber und das funktioniert ganz gut. Back, Tschüssikowski. Hoffentlich. Ja. Aber Problem dabei auch, wenn du halt im Internet bekannt bist und Leute gehen, kommen relativ schnell neue Leute nach. Weil halt viele mit dir befreundet sein wollen. Weil du nach außen zumindest ein cooler Typ bist. Oder weil du halt einfach Fame bist. Manchmal ist das auch einfach egal. Und so kann man halt auch ganz schnell eine toxische Beziehung nach der anderen haben. Weil so eine neue Partnerin oder neuen Partner findet man doch relativ schnell. Ist ja nicht so schwierig, wenn man bekannt ist, ne? Das ging über Jahre so. Wie eigentlich in jeder Szene, wo Leute irgendwie Fame sind. Das ist in der Schauspielerei und bei Musik auch nicht anders. Und was damals in den Anfangsjahren in YouTube Deutschland los war, ey, ihr glaubt es nicht. Wild. Und mittlerweile werden einige... Also ich hab da sehr wenig von mitbekommen, aber so ein bisschen... Ja gut, aber das ist jetzt auch öffentlich, das mit Chan und so, ne? Was hatte ich damals mitbekommen? Aber ansonsten nicht viel. Aber ich war auch nicht krass drin. Ich war ja auch... Ich war eine Zuschauerin und kannte Menschen, die dann eher in der Szene drin waren. Aber mehr... Ich war sonst relativ außen vor und das war eigentlich ganz schön so. Äh, jetzt bin ich mittendrin und bekomme den ganzen Scheiß mit und denke mir so, Leute. Kraft euch doch bitte. ...einige Leute davon halt öffentlich outgecalled dafür. Aber ich glaube, dass Leute toxisch sind, wird irgendwie immer vorkommen. Leider. Entweder, weil sie durch Umstände halt so werden oder weil sie schon immer irgendwie toxisch waren. Ja, und ich glaube, was auch ein Riesending ist, ist Misskommunikation zwischen Menschen. Ich glaube auch, dass das viele einfach wirklich Missverständnisse entstehen. Also jetzt natürlich nicht bezogen auf diese großen Fälle und sowas. Das möchte ich jetzt... Ich möchte nichts davon irgendwie kleinreden oder irgendwas. Aber ich glaube schon, dass es auch sehr, sehr viele Missverständnisse gibt. Und dann irgendwie Annahmen getroffen werden. Und du machst das deswegen und nur wegen Geld und keine Ahnung. Und das ist dann... Anstatt dann mit den Leuten zu reden oder sowas, macht man dann Annahmen und steigert sich da rein. Oder vielleicht auch so ein bisschen beides. Und manche sagen jetzt so, ey Timon, ja, aber also die Themen, die waren so riesig krass in letzter Zeit. Und ja, das stimmt. Aber diese Skandale werden auch... Ja, mit dreimensionale Reaktionen zu provozieren, ist halt leicht, wenn auch nicht gut. Ja, absolut, das ist richtig leicht. Das sind auch leicht gemachte Klicks, aber es ist halt irgendwie auch räudig. ...so groß, weil man damit halt richtig gut Klicks machen kann. Und ich meine damit jetzt nicht die Leute, die den Mut haben, solche Anschuldigungen öffentlich auszusprechen. Sondern die Leute, die darauf hundertfach reagieren, die Gerüchte befeuern, die jeden Satz aus jedem Statement noch meinen eigenen Worten nachsagen müssen. Mein Gott, ja, das nervt mich so sehr. Deswegen habe ich auf das alles nicht reagiert und schaue mir jetzt die Zusammenfassung an. Natürlich wird daraus... Nee, weil es mich einfach nervt. Keine Ahnung. Ich möchte halt trotzdem über das Thema reden und darauf aufmerksam machen, aber ich möchte nicht irgendwie diesen Dramazug wahren und ich möchte nicht... Also, ich finde es okay, wenn das Leute machen, die das wirklich einordnen. Gibt es auch. Gibt es auch zu Genüge. Da gibt es auch genug Reaction-Streamer, die das machen, die dann wirklich auf die Sachen reagieren und das einordnen, was ich vollkommen fein finde. Es gibt aber auch eben diese Menschen, Menschen, die das einfach nur wegen dem Drama fahren. Und das nervt mich halt sehr. Menschen, die das einfach nur deswegen machen. Und keine Ahnung. Deswegen, ich wollte nicht währenddessen darauf eingehen, weil ich mich irgendwie... Ich persönlich mich nur irgendwie schäbig dabei gefühlt habe. Zu sagen, okay, jetzt bin ich die 18.000ste, die auch noch drauf reagiert. Nee, sehe ich nicht. Zusätzlich ist mir das Thema ja auch ein bisschen näher gegangen, weil ich ja ähnliche Erfahrungen auch gemacht habe in meinem Leben. Aber jetzt gerade kann ich, glaube ich, ganz gut, gerade wenn es so eine Zusammenfassung ist und so ein Generellist darüber reden, finde ich das sehr wichtig, dass darüber geredet wird. Das möchte ich auch noch dazu sagen. Also nicht alle, die auf diese Dramasachen reagieren, sind nur rein für das Drama da, sondern es gibt auch Menschen, die das machen aus Aufklärungszwecken. Das ist auch eine große Sache gemacht, weil es sich halt klicktechnisch und finanziell ziemlich lohnen kann. Oh, ein neuer Beef. Drauf da. Ja, es ist merkwürdig, dass es immer so große Wellen schlägt, wenn man 753 Videos, Reactions und Statements dazu macht. Ich muss jetzt Fake Beef mit irgendeinem starten. Irgendwas, das muss doch irgendwie funktionieren. Mit wem mache ich jetzt Beef? Und wir verstehen uns trotzdem, dann kann man sich trotzdem noch so privat verstehen und cool sein, aber einfach ein bisschen Bullshit-Beef machen. So was, so was fände ich okay. Natürlich ist das auch man... Das ist einfach nur Unterhaltungszwecke. ...wichtig und richtig, wenn man zu einer Situation was beitragen kann oder Sachen nochmal besser einordnen kann, weil man... Ja, einfach Jasmin, ich gehe jetzt... Ich mache Ansage an Jasmin, du... Was soll man gegen Jasmin sagen? ...bist... ...heftig und so. Ich kann auch kein Beef starten, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich kann auch kein Beef, lasst mich. Ah, bin am Start, lass beefen. Oh, Tilde, da machst du aber 18.000 Videos über mich, das möchte ich nicht. Das ist kein... Andererseits ist es eigentlich genau das, was man ja machen sollte, aber dann muss ich ja auch Videos machen. Ah, nee, das wäre mir zu anstrengend. Es muss so... Also, ich möchte irgendwas zwischen gar nichts und 100%. Ich wäre... Also, irgendwas dazwischen wäre nicht. Vielleicht auch direkt dabei gewesen ist und Hintergrundinformationen hat. Ich kann mich einfach... Ich kann mich einfach... Ich lege mich einfach mit Kim an. Die hat viel Reichweite. Das ist smart. Aber ich könnte nicht... Ich kann mich nicht mit Kim anlegen. Das funktioniert nicht. Ich habe nur das Gefühl, das ist aber jetzt nicht immer so gegeben. Und das finde ich leider dabei sehr schade, weil... Vielen, vielen lieben Dank für den Zapp-Support. Vielen, vielen lieben Dank. ...das für die Betroffenen so eine schwierige Situation ist. Natürlich kommt das für einige, bei einigen Personen sehr überraschend. Und es ist auch wichtig, darüber zu reden, wenn wichtige, berühmte Persönlichkeiten ihre Machtposition ausnutzen. Ich hoffe nur, dass sich dadurch auch ein bisschen was ändert und manche Leute einfach ihre Position so ein bisschen reflektieren und hinterfragen und merken, ja, vielleicht war ich manchmal nicht so ganz korrekt. Diese ganzen Punkte sind keine Entschuldigung für so ein Verhalten, aber vielleicht eine Erklärung, warum manche Menschen so bescheuert werden. Was ist eure Meinung zu der ganzen Sache? Sagt ihr, ey, ich glaube, es gibt noch ein paar andere Punkte, die dazu führen können, dann gerne... Ich glaube, die habe ich ausgiebig beschrieben, oder? Was ich davon halte? ...unnen in die Kommentare. Seid ein bisschen netter zu anderen Menschen. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Okay, du Arsch. Ich bin jetzt gegen Klängernis. Ich wollte nur... Das war ein Joke. Okay, ist mir leid. Tschüss. Ciao. Man sieht sich. Danke für das Video. War wirklich ein gutes Video. Danke. Ich fand, das hat alles sehr, sehr gut zusammengefasst. Und wie es dazu kommen kann, auch wegen Machtstrukturen, warum das irgendwie öffentlicher wird. Und so, das finde ich eine gute Sache. Deswegen danke Klängernis für das Video. Ich hoffe, ich konnte auch noch irgendwas dazu beitragen, was sinnvoll war. Wenn ihr das auf YouTube seht, ich vergesse das jedes Mal, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert mich und aktiviert die Glocke. Und... Was tut man noch auf YouTube, Chad? Was kann man auf YouTube machen? Äh... teilt. Habe ich das schon gesagt? Was kann man auf YouTube machen? Unterstützt mich mit... Irgend so geht... Man kann auch Unterstützung auf YouTube, oder? Ihr findet schon raus, was ihr machen könnt. Ihr macht das schon. Und dann guckt euch andere Videos an. Kommentiert. Und... Yeah. Gut. Ich bin gut für YouTube, oder? Kommt auf Twitch. Kommt auf Twitch! それgraduate Hof Gene. Ich glaube, es ist mir ein bisschen know. Ganzients. Alles. Ich bin neu. A philosopher. Alles. 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 fest. alles. 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 Leute.